Und wieder über Tim Menzel. Wieder der nächste Versuch, der Crosskick über Tehuja. Oh, da hat der Außen-Dreiviertel-Marx-Zendera nicht den Markruf von dem georgischen Außenspieler gehört. Und das mögen sie gar nicht, die Lelos, das hat man gleich gemerkt. Dass sie schon etwas angefuchst sind, ob des Rückstandes zum jetzigen Zeitpunkt und hatten ihre Emotionen kurzer Zeit nicht im Griff. Untertitelung des ZDF, 2020